Spor! Galaktische Abenteuer! Oh, wow! Der 2D-Wilky-Way! Und damit herzlich willkommen und ach hallo zu diesem Let's Play von Spor! Galaktische Abenteuer! Wir haben uns mal gedacht, wir wollen wieder mal so ein Back to the Roots Let's Play machen! Ja, wir starten mal ein Gave! Wo wollen wir das machen? Auf dem Mars! Wo ist der Mars? Keine Ahnung im Fall! Ist das ihr der Mars? Ja, seht so aus! Was ist denn das? Was ist denn für eine dreckige Mühle? Meint sie wirf? Lol! Oh, diese sind cool aus! Ja, so halb an! Die fallen in den Zellen quasi an! Wir sind Fleischfresser! Fick die Vegetarier! Fick die Vegetarier! Jemal! Vorwärts! Und hier können wir noch ein bisschen Schwierigkeitsgrad auswählen! Wie ist unser Name? Ja, sie heisst doch! Wie soll sie denn heissen? Wie soll sie denn heissen? Duben! Ja, Duben! Oh, hier ist die Sonne! Ja, die ist ja heiss! Oh, aber nichts weiss wie ich! Ahaha! Oh, jetzt kommt ein Meteorit! Die Audio ist hier viel zu laut! Oh nein! Jetzt kommt das Ende der Welt! Oder auch der Anfang! Beide sind in einem! Auszeigen nervt! Ja, da nehme ich dir zu! Oh! Oh, was passiert jetzt? Oh! Ehre! Deine Entscheidungen! Mein Schwore beeinflusst deine Zukunft! Ja, das wissen wir! Ja, es fängt an! Hier ist jetzt der kleine Duben! Am Fleisch am Fressen! Ja! So! Äh! Was willst du denn sonst noch reden, Ingrid? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher! Oh, wir sind ja schon gewachsen! Das ging aber schnell! Das ist ja einfach ein Wunder! Oh! Kann ich den auch fräsen? Glaube nicht! Ah doch! Bring ihn um! Ja, steht! Huh! Oh! Gott! Oh! Oh, mein Stachel! So, jetzt Opfer! Wer lässt sich schon umbringen? Oh, verlass er sich umbringen! Achtung! Achtung! Der ist auch mal auf dich, weil du seinen Freund in Kielt hast! Jetzt jage ich ihn. Ja, rennen und erleben. Verrückt, Bitch. Oh, Bitch. Geht gut dabei. Oh, ist wiedergewachsen. Tiger. Solch ein grösseres Feld im Alarm. Au. Stachel. Ihr da nicht? Ja, Mann, so ein Opfer. Lass uns den Mobben gehen. Loll, so ein Opfer. Das ist die Feilaufnahme, das hier unten. Ist hier jemand hier reingekommen? Oh, ich glaube, hier wird es schön. Kommen. Das ist hier. Ach ja. Hier kommt sie. Ach, ich komme. Hallo. 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 Ich komme wieder. Verdammt, Gefängste. Ich glaube, wir wissen jemand so kurz die Aufnahme. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Sie sind ein bisschen kurz geworden. Ich habe keine Aufnahme. Nein. Peace. Peace. Das war das. yd Magnum. ASMR. M.R.